Guten Abend zu drei am runden Tisch. In zwei Wochen ist Weihnachten. Schöne Geschenke oder viele Sorgen? Was wird heuer in den meisten Familien tatsächlich unter dem Christbaum liegen? Meine zwei Gäste werden gleich versuchen, Ideen und Forderungen zu bringen, damit Weihnachten auch in diesen brüchigen Zeiten gut gelingen kann. Denn vor allem Familien mit Kindern sind von den steigenden Fixkosten betroffen. Zum konstruktiven Gespräch, um vor allem miteinander zu diskutieren, sind heute gekommen die Chefin der ökosozialen Denkfabrik Momentum Institut Barbara Blacher und der Bestsellerautor Andreas Salcher mit seinem neuen Buch Die große Erschöpfung und die Quellen der Kraft. Guten Abend und danke, dass Sie beide da sind. Ich möchte mit drei kurzen Fragen heute beginnen. Erste, schenken Sie sich selbst etwas zu Weihnachten heuer? Ja, ich würde mir gerne Optimismus und Zuversicht schenken. 2023 wird ein schwieriges Jahr für alle Menschen, die in Österreich leben, gerade auch für die Familien. Dass wir da nicht den Mut verlieren, wird herausfordernd. Das könnten wir alle gut brauchen, glaube ich. Also das nehme ich auch gerne an, dieses Geschenken. Nur ich sage dazu, ich brauche nicht Weihnachten, um mir was zu schenken. Also ich würde mir das gerne jeden Tag und anderen jeden Tag schenken. Genau diese Werte. Schauen Sie heute mehr auf die Preise im Supermarkt als vor drei Jahren? Selbstverständlich. Ich habe selbst drei Kinder. Das merke ich auch an der Billerkasse. Erst gestern eine Geburtstagsfeier im kleinen Familienkreis. Das Hauptthema dort war, wie die Preise steigen und wie schwierig das für manche auch schon wird, das zu stemmen. Also ich schaue noch nicht bei einzelnen Artikeln, aber ich schaue sehr wohl dann, wenn ich bei der Kasse den Gesamtbetrag sehe. Und der hat sich natürlich verändert in diesem Jahr. Darf ich Sie persönlich fragen, was Sie mit dem Klimabonus gemacht haben? Ich habe den ganz normal auf mein Konto überwiesen und da nicht irgendwas Besonderes damit gemacht. Ich bin Selbstständiger. Das heißt, ich habe ein sehr variables Einkommen und daher bin ich immer froh, wenn irgendwas reingeht und nicht nur rausgeht. Weil die Fixkosten sind ja gleich geblieben. Das darf man nicht vergessen. Ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich mit dem Klimabonus vor allem Schulsachen gekauft habe, unter anderem auch die öffentlichen Tickets für die Kinder. Herr Salker, Sie plädieren in Ihrem neuen Buch, die große Erschöpfung dafür, in dieser brüchigen Zeit und gerade jetzt selbst anzupacken. Warum das? Wenn ich das kurz anhand des Kavers, wo wir uns was überlegt haben. Man sieht hier einen dunklen schwarzen Stein, das symbolisiert sozusagen die Zusammenballung der Krisen der letzten Jahre. Ich brauche das jetzt nicht alles aufzählen mit Corona-Lockdown auf, Lockdown zu, Einmarsch des Putins, Preissteigerung und so weiter. Und darunter ist ein Ei. Und das Ei symbolisiert die Zerbrechlichkeit des Menschen. Aber was ganz wichtig ist, der Mensch kann zerbrechen, aber er muss nicht zerbrechen. Und mir geht es in diesem Buch sehr darum, bestimmte Strategien zu zeigen, wo der Einzelne auch in schwierigen Zeiten Verantwortung für sein Leben übernehmen kann. Wenn man sich Studien zur Glücksforschung, ich habe das Glück, dass ich den Mihaly Csikszentmihalyi, den wichtigsten Glücksforscher der Welt, sehr gut gekannt habe. Und Csikszentmihalyi sagt, er weiß, dass bei vielen Menschen das Wort Selbstverantwortung einen Reflex auslöst, einen negativen, das ist, wie soll ich das machen, mir geht es so schlecht und alle anderen sind schuld. Er sagt, die wissenschaftlichen Daten sind eindeutig. Sie sagen, es gibt ein Muster, das unterscheidet Menschen, die unter schwierigen Bedingungen ihr Leben trotzdem in den Griff gehen, von solchen, die das nicht schaffen. Das Prinzip muss ich Ihnen noch verraten. Das heißt nämlich Selbstverantwortung statt Schuldzuweisung. Ich würde meinen, Selbstverantwortung ist ein ganz wichtiger Wert. Ich sehe auch tatsächlich in meinem persönlichen Umfeld und rundherum in Österreich, dass die aller, 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 allermeisten Menschen mit ganz hoher Selbstverantwortung unterwegs sind. Sie haben ein paar Krisen angesprochen. Denken wir an Corona. Denken wir an diese Zeit des ersten Lockdowns, wo man nicht genau gewusst hat, was macht Corona mit und wie gefährlich ist das? Hunderttausende Menschen sind trotzdem jeden Tag in die Arbeit gegangen und haben dafür gesorgt, dass dieses Land am Laufen bleibt. Ähnliches sehe ich, wenn ich zum Beispiel an die Mütter in diesem Land denke, die wirklich zwei Jahre über ihre Grenzen gegangen sind, um nicht nur im Job zu funktionieren, sondern für ihre Kinder da zu sein, den Haushalt zu schupfen und auf einmal quasi nicht einen Job hatten, sondern 15 Jobs in dieser schwierigen Zeit. Also Menschen sind extrem selbstverantwortlich. Ihnen zu unterstellen, sie seien es nicht, finde ich immer ein bisschen schwierig. Und die andere Geschichte, die mir ganz wichtig ist, ist jetzt gerade in der aktuellen Krise, der akuten Teuerungskrise, da kommen wir jetzt in Umstände, für die der Einzelne oder die Einzelne ja nichts kann. Wir haben jetzt neue Daten, wo wir klar sehen, gerade bei den Familien, Familien mit zwei Kindern, 40 Prozent, vier von zehn Familien sind armutsgefährdet. Jetzt kann man natürlich sagen, seid ihr ein bisschen selbstverantwortlich. Gleichzeitig sehe ich, die strecken sich nach der Decke, die bemühen sich irgendwie am Ende des Monats noch ein Essen auf den Tisch zu stellen. Also denen auszurichten, ihr seid nicht selbstverantwortlich genug, finde ich ein bisschen schwierig, sage ich Ihnen ehrlich. Es gibt einige Hilfspakete, die ja schon auf dem Weg sind, vom Bund und Ländern, jetzt auch in der Vorweihnachtszeit. Ist das zu wenig? Ist es genug? Ich wollte nur sagen, ich richte den Menschen nicht aus, dass sie zu wenig selbstverantwortlich sind. Ich sage nur, die These, die wissenschaftlich ganz klar ist und was man damit macht, der Einzelne, das ist immer die Entscheidung des Einzelnen. Herr Salker, zu wenig oder genug? Wir sind jetzt schon beim nächsten Punkt. Einige Hilfspakete von Bund und Ländern. Ist es genug oder ist es zu wenig? Ja, der Frau Plahl ist sicher zu wenig, nehme ich an. Nein, die Frage ist, wie zielgerichtet funktionieren die Pakete? Auf der einen Seite sehen wir, dass gerade bei jenen Familien, die armutsgefährdet sind oder an und unter der Armutsgrenze wohnen. Und das ist tatsächlich, das muss man es uns nochmal herholen, kein Randphänomen, das nur ein paar Familien im Land betrifft, sondern 1,3 Millionen Menschen ziehen in Österreich an oder unter der Armutsschwelle. Also das ist ja wirklich eine riesige Zahl. Und gerade in diesem Bereich sind die Hilfspakete sehr dünn. Das heißt, da gibt es natürlich Einmalzahlungen, aber die Miete ist jedes Monat teurer. Die Stromrechnung ist jedes Monat teurer. Die Gasrechnung kommt jetzt dann mit der Nachzahlung im Frühjahr. Das wird ganz bitter für viele Familien. Da, finde ich, muss dringend nachgebessert werden. Da würde ich mir wünschen, dass wir dort, wo es dringend notwendig ist, die Leute auffangen. Und da, wo es nicht notwendig ist, also ein Klimabonus nehme ich an, Herr Seicher war vielleicht bei Ihnen gar nicht so dringend notwendig, dass wir da wirklich genau hinschauen, wie wir die Pakete auch sozial gerecht schüren. Wir sind mit einem Recht. Offensichtlich sind die gesamten Sozialausgaben dieses Landes nicht zertreffsicher. Wir haben eines der höchsten Sozialbudgets der Welt. Und trotzdem reden wir von Kinderarmut und von großer Armut. Moment mal. Da kann irgendwas nicht stimmen, will ich damit sagen. Wir geben in den nächsten Jahren jetzt zusätzlich ungefähr 35 Milliarden an Transferleistungen aus. Aber offensichtlich lösen die nicht das aus, was notwendig ist. Und jetzt komme ich wieder mal zur Selbstverantwortung zurück. Wenn Sie mich fragen, also es ist unumstritten, dass man das braucht. Aber das Zweite, was der Staat viel stärker machen müsste, ist, Menschen auf derartige Krisen vorzubereiten. Was heißt das? Wenn jedes fünfte, 15-jährige Kind in dem Land nicht sinnerfassend lesen kann, dann wird es in Krisenzeiten es noch schwieriger haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Wenn Menschen in der Schule nicht lernen, was es bedeutet, wenn man Konsumgit auf Kredit kauft oder wenn man das Bankkonto regelmäßig überzieht, weil es an Wirtschaftsbildung, an Finanzbildung fehlt, dann sind diese Menschen in der Krise besonders betroffen. Oder der Gesundheitsaspekt, wir haben mit Kindern zu kämpfen, die ungemeines Übergewicht haben. Das ist eine potenzielle Gefahr für unser Gesundheitssystem. Das heißt, man muss zwei Dinge tun. Man muss auf der einen Seite, da bin ich bei Ihnen, treffsicher, dort unterstützen, was die Menschen brauchen. Aber das Zweite ist, man muss Menschen auch auf Krisen vorbereiten, weil dass Krisen quasi nicht ganz aus der Welt zu schaffen sind und vom Staat nicht ganz abgeschafft werden können. Das wissen wir auch. Man muss Menschen darauf vorbereiten. Es geht gar nicht darum, dass der Staat irgendwas total verhindern oder abschaffen kann. Aber weil Sie ansprechen, wir haben hohe Sozialausgaben. Das ist vollkommen richtig, das stimme ich ja durchaus überein. Aber das Besondere ist ja, was wir auch sehen an den Sozialausgaben, die heben ja jedes Jahr eine Million Menschen über die Armutsschwelle. Also so zu tun, als wäre das nicht sinnvoll, finde ich tatsächlich zynisch. Wir haben das Problem, dass unser Sozialstaat nicht dicht genug gestrickt ist. Eine Million Menschen erwischen wir damit. 1,3 Millionen Menschen erwischen wir damit nicht. Nicht dicht genug gestrickt? Nein, Entschuldigung, wenn wir eines der höchsten Sozialbudgets der Welt haben, wenn wir Frühpensionierungsweltmeister sind, wenn wir eine sehr hohe Staatsquote haben, dann kann ich ja nicht sagen, dass das Netz nicht dicht gestrickt ist. Aber wenn 1,3 Millionen Menschen an und unter der Armutsschwelle leben, dann ist das Netz nicht dicht genug gestrickt. Das ist auch eine Frage, wie man es definiert. Ich definiere das zum Beispiel anhand der Grenze der Armutsschwelle. Die liegt in Österreich unter 1.400 Euro netto im Monat. Und wenn ich weiß, dass die Pensionisten und Pensionistinnen dieses Landes, wenn sie denn Frauen sind, diese Grenze nicht erreichen, obwohl die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, dann muss ich klar sagen, funktioniert manches im Sozialstaat nicht. Wir waren jetzt gerade auch bei der Bildung zuerst. Andreas Seicher hat ja vor schon einigen Jahren ein Buch über Bildung auch geschrieben und ist Mitbegründer der Sörk-Karl-Popper-Schule für Hochbegabte. Bildung, Bildung, Bildung. Sollen die Bildungsmöglichkeiten unter den Christbaum gelegt werden? Hat Österreich ein Bildungsdefizit? Wir haben das zweiteuerste Bildungssystem der Welt mit dem Ergebnis, dass eben jeder 5. 15-Jährige nicht sinnerfassend lesen kann. Und das ist nicht nur eine wirtschaftliche Kompetenz, sondern ich bin ja auch ein Humanist. Das hat ja eine humanistische Komponente. Wenn Menschen mit 15 Jahren nicht sinnerfassend lesen können, geschweige denn komplexe Texte lesen können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mit 19, 20 können, sehr, sehr gering. Und einer der wichtigsten Faktoren, um im Leben glücklich zu sein, ist sein Talent zu erkennen, sein Talent ausüben zu können. Und das halte ich ehrlich gesagt für ein Verbrecher in der nächsten Generation, dass wir nicht ein Schulsystem... Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wir das zweiteuerste Schulsystem der Welt haben. Von mir aus können wir das teuerste haben, aber es soll dann auch das Beste sein. Und das ist es nachweisbar nicht. Sie sagen gerade sehr richtig, dass doch das Wichtige im Leben ist, dass man sein Talent erkennt und es ausüben kann. Und da würde ich sagen, unser Problem im Bildungssystem ist doch, dass ich schon bei der Geburt des Kindes weiß, welchen Bildungsabschluss es machen wird. Es wird nämlich genau den Bildungsabschluss machen, den seine Eltern haben. Denn wir vererben in diesem Land ja nicht nur Reichtum, übrigens unbesteuert, sondern auch Armut. Und das heißt, wenn meine eigenen Eltern es nicht bis zur Uni geschafft haben, dann werde ich selbst zu einem statistisch sehr wahrscheinlichen Anteil es auch nicht auf die Universität schaffen. Ganz unabhängig davon, wie klug ich bin, wie viel ich leiste in der Schule oder was ich sonst an Talenten und Fähigkeiten und Kompetenzen... Andreas Salcher sagt in dem Buch zum Beispiel unter anderem, die Komfortzone ist der dichteste besiedelte Ort der Welt. Sind wir Österreicherinnen und Österreicher zu sehr in der Komfortzone? Würde ich glaube ich widersprechen. Ich habe heute schon darüber gesprochen, dass 1,3 Millionen Menschen an und unter der Armutsschwelle leben. Also hier zu sagen, wir leben alle miteinander in der Komfortzone, stimmt aus der Perspektive von Menschen, die es in Österreich gut haben. Und ich bin froh, in einem Land zu leben, wo es viele Menschen gut haben, wo wir zum Teil hohe Einkommen zahlen können und auch mit dem Sozialstaat Leute aus der Armut rausholen. Aber mein Anspruch wäre, es soll allen Leuten gut gehen. Da sind wir uns einig, aber dass Menschen unterschiedliche Voraussetzungen haben, je nachdem in welcher Familie sie geboren sind, da gebe ich Ihnen übrigens völlig recht. Also in Kanada ist es zum Beispiel so, dass die Kinder der Migranten im Englischsprachigen Teil nach Abschluss der Schulzeit besser die Landessprache können, Englisch, als die in Kanada geborenen gründen. Aber da muss man dazu sagen, das ist ja ganz interessant, dass egal welche Farbe der Bildungsminister in den letzten 30 Jahren hat, der an diesen Tatsachen, dass Bildung bei uns vererbt wird, und die OECD, da werden wir uns ja einig sein, kritisiert das ja zu Recht. Übrigens, ich sage Ihnen auch, wo man es lösen kann. Man setzt bei uns völlig falsch mit dieser ideologisch aufgeladenen Gesamtschuldebatte an. Lösen könnte man es in den Kindergärten. Das sagen alle Studien, wo man mit einem geringen Aufwand soziale Nachteile, Sprachnachteile kompensiert könnte. Wir zahlen unsere Kindergartenpädagoginnen sehr schlecht, deswegen wechseln sie den Beruf, sie haben ein geringes Ansehen. Das sind eigentlich die Dinge, wo der Staat den Menschen helfen könnte, in die Selbstverantwortung und in die Selbstbestimmung hineinzukommen. Und darum geht es mir. Es gibt zwei Aspekte. Eines, was kann der Staat tun, Menschen dabei zu unterstützen, ein glücklicheres Leben und ein selbstbestimmteres Leben zu machen? Und was kann der Einzelne machen, aber unabhängig, in welche Schicht er hineinkommt? Wir sind beide nicht aus Akademiker aushalten und haben trotzdem ein Studium absolviert. Offensichtlich hängt es auch ein bisschen mit unserer Selbstdisziplin, mit unserer Lebenseinstellung zusammen. Das ist ein guter Punkt. Das ist mir schon öfter passiert, dass man mir meine eigene Biografie hernimmt und sagt, na schau her, du bist doch der Beweis dafür, dass es funktioniert. Ich habe ja auch meine ja genommen. Genau, oder eben auch Ihre Biografie. Aber ich finde, das versteckt die Tatsache, dass es mit Zufall und Glück zu tun hat. Und wenn wir das negieren und sagen, es hat nur mit unseren Leistungen zu tun, dann richtet das allen anderen, die aus derselben Schicht kommen oder aus dem selben Verhältnis zu kommen. Machen Sie sich da aber nicht selber klein, wenn Sie sagen, dass Ihre Biografie, Ihr beruflicher Werdegang tatsächlich nur mit Zufall und Glück zu tun hat? Nein, das mache ich mich selber überhaupt nicht klein. Meine Biografie ohne Zufall und Glück hätte nicht funktioniert. Meine Biografie ohne meine Kompetenzen, Fähigkeiten und Leistungen hätte auch nicht funktioniert. Aber es musste beides zusammenkommen. Und wäre ich in einer anderen Schicht geboren worden, hätte nicht beides zusammenkommen müssen. Da hätte meine Geburt und meine gute Herkunft gereicht. Aber ich will nur sagen, der Einzelne kann trotzdem, wenn er Selbstdisziplin hat, wenn er engagiert ist. Und ich gebe mit einem Recht, wenn man einen Mentor an der entscheidenden Situation in seinem Leben hat, das kann ein Lehrer sein, das kann eine Familie sein, das kann ein Wildfremder sein. Deswegen bin ich auch ein Mensch, der selber Mentoring mit anderen macht und immer das Glück hat, in meinem Leben Mentoren zu haben. Wenn das alles nicht der Fall ist und man ist in einer schwierigen Familie, dann wird es sehr, sehr schwierig. Da gebe ich Ihnen schon recht. Ich habe das Buch natürlich auch gelesen. Also wir zwei haben es gelesen, Sie haben es geschrieben. Ich habe etwas gelernt beim Lesen des Buches, das Nein-Sagen. Es gibt ein ganzes Kapitel drin, wir alle müssen das Nein-Sagen lernen. Das heißt, Nein-Sagen soll unter den Christbaum. Gute Idee, Frau Placher. Nein-Sagen wäre eine gute Idee, gerade für die Frauen dieses Landes. Da sehen wir eine gewisse Allzeitzuständigkeit. Frauen fangen zu viel in diesem Land auf. Gerade wenn wir uns anschauen, die Tätigkeiten in der Familie. Es ist immer klar, es ist die Mutter, die weiß, wann ist der nächste Kinderarzttermin. Es ist immer klar, es ist die Mutter, die weiß, welche Schuhgröße hat das Kind. Und es ist die Mutter, die dem Kleinkind die Nägel schneidet. Also da haben wir ein Thema in der Verteilung der Arbeit in der Familie. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir hin zu mehr Gleichberechtigung kommen. Das wird aber nicht gelingen. Die einzelne Frau kann nicht Nein sagen, wenn wir nicht gleichzeitig die Rahmenbedingungen schaffen, die sie ermöglichen. Sie haben die Kindergärten ja schon angesprochen, da sind wir ja total einer Meinung. Ohne Kindergartenplätze, die zum Beispiel mit einem Vollzeitjob vereinbar sind, werden die Frauen aus dieser Teilzeitfalle gar nicht rauskommen können. Aber sind wir Frauen vielleicht auch manchmal schuld, dass wir einfach aus Gewohnheit, aus Pflichtgefühl, aus Liebe zu den Kindern einfach auch alles machen und nicht delegieren gelernt haben? Ich habe dem einen großen Raum gewidmet. Und meine weiblichen Leserinnen und meine weiblichen Therapeutenfreunde haben gesagt, gibt denen ein Riesenthema. Da haben Sie schon recht, deswegen schreibe ich es auch. Falsche Rollenvorbilder. Aber was können wir alle tun? Nein ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten, machtvollsten Worte gegen Erschöpfung in Zeiten wie diesen. Sich bei all dem, was auf uns hereinstehen, fragen, muss ich es tun? Und zweitens, will ich es tun? Und wenn ich zweimal Nein sage, dann sollte ich es auch nicht tun. Aber genauso wichtig wie das Wort Nein ist auch das Wort Ja. Das heißt Ja zu den Dingen, die meinem Leben Freude machen. Weil wenn ich zu den falschen Dingen Nein sage, dann komme ich im Leben nie dazu, zu den Dingen, die mir eigentlich Freude machen. Das heißt auch Ja ist ein wichtiges Wort und zwar ein echtes Ja. Und das vielleicht ist übrigens das Nein der Feiglinge, das schreibe ich auch. Herr Salcher, ist es nicht eine extrem luxuriöse Position zu sagen, man muss sich fragen, will ich es tun und dann kann ich auch Nein sagen? Es gibt so viele Menschen in dem Land, die mir auch zum Beispiel ein Lern hin und wieder schreiben. Ich denke, letztens hat mich ein E-Mail erreicht von einer Pflegerin, die ihren Job wirklich, wirklich, wirklich liebt. Und die sagt, ich mache den mit Herz und mit Seele und mit ganzer Leidenschaft und das länger als 15 Jahre. Und ich weiß aber, es wird der Tag kommen und der wird bald kommen, wo ich hinschmeiße, weil ich es nicht mehr tragen kann. Und ich halte durch, weil ich momentan einfach auch aufs Geld angewiesen bin. Also die sehr luxuriöse Position zu sagen, warum mache ich nicht mehr, geht sich halt für ganz, ganz viele Menschen auch nicht aus, wenn klar ist, es gibt kein Sicherheitspolster, es gibt kein Erbe, auf das noch kommt. Man wohnt nicht im Eigentum. Sie haben aber eine Frage ausgelassen. Ich sage zwei Fragen. Muss ich es tun und manche Dinge muss man tun im Leben und das Zweite ist, will ich tun. Aber was ich nur sage, wir tun viele Dinge in unserem Leben, die wir weder tun müssen, noch tun wollen und kommen viel zu wenig zu den Dingen, die uns eigentlich Freude machen, die das Leben eigentlich ausmachen. Das ist der Punkt. Ich habe ja auch diese Müttergenesungsklinik, das war übrigens einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe. Das hat mich so berührt, das war eine Spiegelgeschichte, dass Mütter, die so völlig fertig waren, dass sie ihr Leben überhaupt nicht mehr geschafft haben. In Deutschland gibt es 17 solche Kliniken, wo die ohne ihre Kinder quasi eingeliefert werden und mit ganz normalen Achtsamkeitsübungen, Gesprächsrunden überhaupt wieder lebensfähig. Und das hat mich sehr, sehr berührt, weil dort dieses Wort Erschöpfung gekommen ist. Also das ist schon klar, dass es viele Menschen gibt, deswegen sage ich das auch, die durch die Zusammenballung der Krisen und auch solche Menschen, die mit dem Leben bisher gut zu waren, einfach nicht mehr in der Lage sind, da rauszukommen. Nur zu sagen, das ist alles furchtbar, ist mir zu wenig, sondern zu sagen, es gibt auch bestimmte Kraftquellen, die den Menschen zur Verfügung stehen und ich mache nicht mehr, als zu sagen, ich zeige dir ein paar Kraftquellen und ich gebe dir ein paar Beispiele, wie Menschen auch unter den schwierigsten Situationen ihr Leben wieder einigermaßen steuern können. Sollte man vielleicht hergehen. Die Grundüberzeugung, dass ich Einfluss auf mein Leben habe und das in einem bestimmten Ausmaß steuern kann, die ist ganz wichtig, um mit Erschöpfung umgehen zu können. Sollte man vielleicht da jetzt versuchen, für sich persönlich einen harten Schnitt zu machen und zu sagen, okay, wenn ich das jetzt alles gehört habe, mir doch den Kopf gehen lasse, überlege ich mir, Weihnachten vielleicht heuer auslassen? Ist das vielleicht ein Mittel der Wahl? Ob man Weihnachten feiern möchte, ist finde ich jedem selbst überlassen und eine ganz, ganz private Entscheidung. Und auch hier sind wir wieder in der Frage von, also ich glaube, mir machen mehr die Menschen Sorgen, die jetzt unter dem Druck stehen, dass sie wissen, sie bringen zu Weihnachten vielleicht keinen Grießbaum daher, weil sie sich den eigentlich nicht mehr leisten können. Mir machen die Familien Sorgen, wo die Mutter jetzt schon schlaflose Nächte hat, weil sie sich denkt, wie soll ich denn das Familienessen finanzieren? Ich habe doch jetzt gar keine Kohle mehr, um überhaupt diesen schönen Braten auf den Tisch stellen zu können. Mir machen die Familien Sorgen, die sagen, ich kann die Wohnung nicht mehr warm halten und meine Kinder gehen in Pullover schlafen. Bei Hunderttausenden Familien in Österreich geht es derzeit so. Haben Sie da ein Rezept? Haben Sie, sollen sich die auch das Buch kaufen oder ist das Buch da zu elitär? Also in meinem Buch gibt es prinzipiell keine Rezepte, sondern es gibt ein Angebot, bestimmte Dinge miteinander selber zu diskutieren. Und in jedem, in dem Buch sind viele Sätze, die Menschen sozusagen in die Berufenheit bringen. Aber zur Weihnachtsfrage, zu bestimmten Dingen kann man sehr wohl Nein sagen. Also wenn du einen Rat hören willst, wie man wirklich so tief in die Erschöpfung rein kann, dann letzter Weihnachtssamstag vor Weihnachten Shopping City oder irgendein Weihnachtszentrum, wo Menschen quasi bürgerkriegsähnliche Zustände erleben. Und man muss auch nicht jedes Jahr die ungeliebten Verwandten besuchen, die einem auf die Nerven gehen, denen man auf die Nerven geht. All das sind Dinge im Kleinen, die aber in Summe ermöglichen, dass ich eine größere Wahlmöglichkeit für die Dinge habe, die mir Freude machen im Leben. Um mir schon wichtig eins zu sagen, egal in welcher Schicht man hineingeboren ist, man kann sehr wohl Dinge finden, für die man dankbar sein kann und für die man Freude im Leben haben kann. Und um das geht es ja letzten am Ende des Tages. Dass man Dankbarkeit und hat, dass man Freude im Leben empfinden kann. Die AK-Präsidentin Anderl hat diese Woche wieder einmal vorgeschlagen, sage ich dazu, wieder einmal Einführung der Vermögens- und Erbschaftssteuer. Gute Idee? Das ist ja eine Forderung, die schon sehr lang am Tisch liegt. Gleichzeitig, wir sehen, in der Krise wird es eng. Wir sehen, wir brauchen einfach auch Geld, um sozial treffsicher. Wir hatten das Thema schon, jene Familien aufzufangen, wo es wirklich ganz knapp wird. Und wo wir die Leute... Gute oder schlechte Idee? Erbschaftssteuer? Über die Grenze ist eben natürlich eine gute Idee. Und generell oder ab einem gewissen Betrag der Erbschaft? Ich würde das genauso gestalten, wie wir es ja vom Einkommen auch kennen. Wer wenig verdient, zahlt wenig Einkommenssteuer. Wer wenig erbt, soll wenig oder keine Erbschaftssteuer zahlen. Keine oder wenig? Ich würde auf jeden Fall mit Freigrenzen arbeiten. Also bringt die Vermögenssteuer nachgewissermaßen wenig. Aber zweitens sind wir ein Hochsteuerland, was hier gerne verschwiegen wird. Also jede zusätzliche Steuer ist meiner Meinung nach abzulehnen. Und das, wo wir vielleicht einen Konsens finden können, was ich auch falsch finde, ist, dass Internetkonzerne, Digitalkonzerne, die sehr, sehr viel Geld auf der Welt und auch in Österreich machen, dass die eine Steuer zahlen, die weit unter dem ist, was wir beide zahlen. Da werden wir vielleicht einen Konsens finden. Die können tatsächlich besteuert. Sie haben es zuerst angesprochen, es wird ein hartes Jahr, das 2023er-Jahr. Muss viel klarer auch von Politikerinnen und Politikern gesagt werden, es ist die Krise wirklich im Mittelstand angekommen. Also wenn wir Zahlen uns anschauen, Familien mit zwei Kindern sind laut Caritas mit 25 Prozent inzwischen betroffen, Familien mit drei Kindern zu 50 Prozent mit finanziellen, großen finanziellen Problemen. Muss das viel klarer von der Politik gesagt werden und wie kann es angegangen werden? Ich höre an die Politikerin. Nein, Politikerin bin ich nicht. Klarer von der Politik gesagt, die Menschen, die es betrifft, die spüren das eh. Die wissen ja, dass sie ihre Rechnungen nicht zahlen können. Das spüren die ja die ganze Zeit. Denen braucht kein Politiker ausrichten, du bist übrigens armutsgefährdet. Die wissen das. Was man auf jeden Fall machen müsste, da warte ich schon länger drauf, dass wir als Politik auch darauf reagieren und sagen, okay, welche Hilfsmaßnahmen, welche Pakete muss ich auflegen über das Jahr 2022 hinaus, damit eben 2023 genau diese Familien auch aufgefangen werden. Andere Länder sind da schon viel weiter. Wir warten da immer so ein bisschen zu, bis die Hütte wirklich brennt und kommen dann mit dem Feuerlöscher. Ja, also ich glaube auch nicht, dass die Politik irgendwas aufhören muss. Ich glaube auch auf der anderen Seite, dass der Mensch aufhören muss, ununterpreffendlich ist, dass der Mensch aufhören muss, dass der Mensch aufhören muss, dass der Mensch aufhören muss. Es gibt diesen schönen Satz, man kann versuchen, die Welt zu verändern oder sich selbst zu verändern. Das Zweite ist das Schwierigere. Ich glaube eben auch, dass man dieser Nanny-Staat, wo man sagt, egal was dir passiert, wir decken es dir ab und wir machen noch ein Hilfspaket und noch ein Hilfspaket. Die Skandinavier sind ja lange diesen Weg gegangen, haben aber mittlerweile eine große Umkehr gemacht. Die Steuerquote in Schweden ist wesentlich geringer als in Österreich. Die Menschen arbeiten länger und sind deshalb nicht unglücklich, sondern im Gegensatz, sie sind gesünder. Also ich glaube immer nur zu sagen, der Staat soll noch mehr und noch mehr, das wird sich irgendwann einmal nicht mehr ausgehen. Aber da müssen wir genau hinschauen, was denn der Staat denn dort dann zum Beispiel gewährleistet. Und wenn ich mir anschaue, wie die Kinderbetreuungseinrichtungen oder auch die Schulen in Skandinavien hergerichtet sind, dann schaut das ganz anders aus. Da sind wir uns einig. Also ich kann einer Frau halt nicht ausrichten, du, eine Stadt gibt es kann, aber ja gleichzeitig keinen Kindergarten hinbauen. Also dann wird sie halt nur Teilzeit arbeiten können und wird eine finanzielle Schwierigkeit Aber da sage ich ja, der Staat gibt ja das Geld für die falschen Dinge aus. Wir müssten viel mehr Geld in die Prävention, sprich im Gesundheitsbereich, riesengroß. Es gibt, damit Sie sehen, ich habe durchaus auch Kontakt zu prekären Gruppen, ich habe Freunde, die arbeiten in der Zahnambulanz, die sagen, es kommen zehnjährige Kinder, die noch nie in ihrem Leben Zähne geputzt haben, denen die verfaulten Zähne rausfallen. Und das in einem Staat wie Österreich, wo es angeblich Schulärzte gibt und all das dürfte nicht sein. Aber ich glaube, dass der Staat dort, wo es dringend notwendig ist, Hilfe helfen soll. Treffsicher, da sind wir uns einig. Aber dass zweitens der Staat die Menschen noch viel mehr darauf vorbereitet muss, nicht nur aufs nächste Jahr, sondern wir gehen insgesamt auf allatile Zeiten zu. Der von mir sehr geschätzte Yuval Harari, der meiner Meinung nach für mich im Augenblick so der große visionäre Denker ist, der sagt, Menschen werden sich in Zukunft aufgrund des Fortschritts der Artificial Intelligence, der künstlichen Intelligenz, alle 15 Jahre beruflich komplett neu erfinden werden müssen. Und das verlangt eine hohe emotionale Stabilität. Und das sind Dinge, die man in der Schule lernen könnte. Aber wie kann es passieren, wenn Sie von der Zahnambulanz erzählen, wie kann das wirklich passieren, dass zehnjährige Kinder nicht vermittelt bekommen haben, dass man sich zweimal am Tag die Zähne putzt? Da gibt es viele Gründe, aber es gibt einfach bestimmte gesellschaftliche Subgruppen, die nie irgendwie, deswegen war ich ja auch sehr dafür, den Mutter-Kind-Pass, den Ursprünglichen auszubauen, auszuweiten und Sozialleistungen viel stärker auch an die Eigenverantwortung, an die Mitwirkung zu haben. Wir haben Schulen in Österreich, da erzählen wir die Direktoren, dass die Eltern einfach überhaupt nicht kommen, wenn der Direktor sie vorlebt. Nicht darauf reagieren. Wir haben es erlebt in der Pandemie, wo Kinder unter Anführungszeichen verschwunden sind und überhaupt für das Schulsystem nicht mehr greifbar waren. Und da tun wir wieder so, als hätte das nicht auch mit den ökonomischen Verhältnissen zu tun. Also da gibt es ja einen klaren Zusammenhang. Wenn ich als, also ich glaube ganz sicher, dass die allermeisten Eltern das Beste für ihr Kind wollen. Aber sorry, eine Zahnbürste und eine Zahnpasta ist nicht zu teuer. Das schaut je nach Einkommensgruppe anders aus. Für die einen heißt das Chinesischunterricht und Babyschwimmen und Mandarinkurs. Für die anderen heißt das, ich mache noch die Wochenendschicht, weil die Kinder brauchen Winterschuhe. Ja, das hat mit dem Zähneputzen nichts zu tun. Wir können uns jetzt gerne noch länger über das Horrorbeispiel des Zähneputzens unterhalten, dass es manchmal Eltern gibt, die insgesamt nicht fit sind, ein Kind zu haben. Das ist was, wenn wir in jedem Land haben, das wäre mir egal, wie gut das Sicherheitssystem gestaltet ist, wird es einfach geben. Mir geht es aber um die Frage von, wie schaut es insgesamt aus und nicht nur um die absoluten Härtefälle, wo ja klar ist, dass da normalerweise auch das Jugendamt etc. einschreitet. Also ist ja nicht so, als gäbe es da nicht auch Stellen, die da ein bisschen anschauen. Aber Entschuldigung, Sie definieren das ganze Leben noch ein bisschen im Klassenkampf. Quasi, da gibt es die großen Unterdrücker und da gibt es die armen Geknechteten ausgebeutet. Das kommt so immer wieder heraus. Sie definieren alles aufgrund des sozial-ökonomischen Verhältnisses. Die spielen eine Rolle, das wird Ihnen niemand abstreiten. Aber dass der einzelne Mensch oberstudiert, was er aus seinem Leben macht, oberliebensfähige Beziehungen aufbaut, oberverantwortung für seine Familie übernimmt, dass das sehr wohl auch einen hohen individuellen Fakt hat, das kann man auch nicht abstreiten. Das beweisen ja alle Studien, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und mir geht es um beides. Mir geht es um den individuellen und mein Buch, gebe ich Ihnen recht, ist kein politisches Buch. Wir diskutieren politisch. Wir diskutieren politisch. Aber mein Buch ist kein Buch zur Weltverbesserung. Mein Buch ist ein Buch zur Selbstverbesserung. Lassen wir uns einmal kurz das Buch weg. Was mich jetzt interessiert, Frau Blaha, können Sie das, was der Herr Salcher jetzt gesagt hat, nehmen, dass Sie vielleicht manchmal zu sehr im Klassenkampf sind? Das ist keine Frage von Klassenkampf, sondern es ist eine Frage von Realitätssinn. Ich kann natürlich sagen, materielle Verhältnisse spielen keine Rolle. Das sagen aber meistens Menschen, denen es materiell ziemlich gut geht. Da kann ich mir dann leicht herholen. Es geht um ein bisschen Selbstliebe und Achtsamkeitstraining. Wenn ich drei Jobs mache, damit ich irgendwie ein Essen am Tisch stelle, wird mir für Achtsamkeitstraining wahrscheinlich der Nerv fehlen. Entschuldigung, der Link ist ja einfach komplett falsch. Ich habe Leserinnen, die genau aus den Zielgruppen kommen. Meine Leser sind nicht die Universitätsprofessoren. Das sind einfache Menschen zum Großteil, die genau diese kleine Dankbarkeit, diese kleine Achtsamkeit, diese sich kleine erfreuen an den Dingen des Lebens, ihren Kindern eine kleine Freude zu machen, mit Wertschätzung, mit sozialer Wärme. Das sind genau die Menschen, die das tun. Ich will ja nicht sagen, dass die ökonomischen Verhältnisse keine Rolle spielen, aber zu sagen, der Mensch ist völlig determiniert von der Geburt und von seinen ökonomischen Verhältnissen, dagegen wehre ich mich. Das habe ich weder Ihnen unterstellt, noch habe ich das formuliert. Ich sage nur, und ich glaube, da haben wir einfach einen unterschiedlichen Blick auf die Welt. Wie groß oder wie relevant ist der Faktor? Da haben wir unterschiedliche Einschätzungen. Da muss man sich auch niemandem ausrichten, dass man irgendwas gar nicht sieht. Natürlich ist jeder Mensch ganz persönlich auch in seiner Frage, wie er sein Familienleben gestaltet oder wie er seine Beziehungen gestaltet. Meine Frage ist aber, und das unterscheidet uns beide halt schon, mein Zugang ist immer zu schauen, ich möchte, dass alle Menschen die Chancen haben, ihre Beziehungen tragfähig zu gestalten, ihren Kindern die besten Möglichkeiten zu geben und ein wundervolles und gelungenes Leben zu führen. Und ein großer Faktor, das es da viel schwerer macht, ist die ökonomische Situation, wenn ich einfach kein Geld habe. Und da schaue ich hin. Also ein großer Unterschied zwischen, ich meine, da sind wir uns unterschiedlich, aber gut, wir diskutieren ja oft mit einer. Es gibt die Chancengleichheit zu fordern. Alle Menschen sollen unabhängig von ihren sozialen Bedingungen, von ihren genetischen Voraussetzungen die gleiche Chancen. Das halte ich für eine Riesenillusion. Und die zweite Möglichkeit ist Chancengerechtigkeit. Das heißt, wie weit ist der Staat in der Lage, vor allem über gute Kindergärten, über gute Volksschulen, über gute Schulen, die sozialen Nachteile, die es bei der Geburt gibt, ein bisschen zu kompensieren. In Österreich verstärken wir sie, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber man kann es kompensieren und da gibt es Länder, die das besser tun. Und das führt dazu, dass dann auch Menschen aus schwierigeren sozialen Situationen, wenn sie resilienter sind, wenn sie besser mit Geld umgehen können, wenn sie besser soziale Beziehungen knüpfen können, wenn sie höhere soziale Kompetenzen haben, wenn sie lesen, schreiben und rechnen und die Grundfähigkeiten wehrchen, dass sie dann die größere schauen, ein selbstbestimmteres Leben zu führen, ohne dass sie den Staat brauchen. Arme Menschen sind nicht arm, weil sie nicht mit Geld umgehen können. Arme Menschen sind arm, weil sie wenig Geld haben. Aber das nur als kleine Korrektur Ihrer letzten Wortmeldung. Wir kommen jetzt noch einmal zurück in diese Vorweihnachtszeit. Sie haben gesagt, Bürger kriegsähnliche Zustände am letzten Einkaufssamstag vor Weihnachten. Sie sagen, viele Leute wissen eben gar nicht, wie sie dieses Weihnachten für ihre Kinder heuer gestalten werden. Wenn wir jetzt kurz versuchen, adventmäßig vielleicht auch kurz zu träumen, wenn Sie zwei Tage geschenkt bekommen würden, jetzt zusätzlich im Advent, was würden Sie beide da damit machen? Wie die allermeisten Menschen würde ich diese zwei Tage gerne mit meinen Lieben verbringen. Und da kommen wir schon zum Haken an dieser Frage, wenn nicht alle Menschen diese zwei Tage geschenkt bekommen haben, dann sind meine Lieben in der Arbeit, in der Schule oder anderswo. Das ist, glaube ich, doch das Wesentliche, was unser beide Konzept von Fürsorge unterscheidet. Was würden Sie denn machen, wenn Sie miteinander von mir, das kann ich natürlich nicht, aber ich träume gerade, zwei Tage Geschenks bekommen und miteinander diese zwei Tage konstruktiv zu nützen. Was würden Sie da miteinander machen? Wir würden eine gute Zeit haben miteinander, weil ich respektiere ja andere Positionen, vor allem wenn sie intelligent argumentiert werden. Also wir hätten eine schöne Zeit. Wir würden uns wechselseitig Bücher empfehlen. Ich würde die Bücher lesen, die Sie mir empfehlen. Sie würden die Bücher lesen, die ich empfehlen. Vielleicht schauen wir uns gemeinsam einen Film an. Also ich würde das sehr genießen. Jetzt bin ich neugierig, welches Buch würden Sie, Frau Blacher, empfehlen? Also es gibt eine ganze Latte von Büchern, aber was soll ich sagen? Also eins meiner Lieblingsbücher ist von Franz Werfel, also alle Bücher eigentlich, aber der Abriententank von Franz Werfel, Der Stern der Umgeborenen, also eher diese literarischen Dinge, Weltliteratur, die ich für großartig empfehle. Frau Blacher, was würden Sie denn Herrn Salcher empfehlen? Ich würde sagen, wir machen ein gemeinsames Studium von Thomas Piketty über die Ungleichheit in der Welt, das wäre vielleicht ganz interessant für uns. Das wäre gut, weil dann würde ich Ihnen nämlich das Buch zeigen, das aufzeigt, wo es seine Statistiken manipuliert und gefälscht sind, aber wir hätten eine spannende Zeit. Wir haben auf jeden Fall genug zu diskutieren, Herr Salcher, ja. Dann sage ich danke für heute und wünsche Ihnen noch eine gute Vorweihnachtszeit und schöne Weihnachten. Danke. Ja, meine Damen und Herren, das war für heute alles von uns. Im Universum History geht es jetzt gleich in einer beeindruckenden Dokumentation darum, wie Menschen trotz Krieg, Kälte und Hunger auf Hoffnung gesetzt haben. Leningrad-Sinfonie, eine belagerte Stadt, heißt die folgende Dokumentation, die zeigt, wie Musik in dieser belagerten Stadt zumindest für einen kurzen Moment den Krieg vergessen lassen konnte. 1942 wird Shostakovich's siebte Sinfonie dort gespielt. Bleiben Sie dran und sehen Sie die Geschichte einer der berühmtesten Sinfonien des folgenden Jahrhunderts. Danke für Interesse, auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017